Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in Zeiten wie diesen gibt es wahrlich wenig zu lachen. Wirtschaftlich und gesellschaftlich sieht es momentan sehr trüb aus. Corona bestimmt mittlerweile unser aller stark eingeschränktes Leben. Auch für die Menschen, deren Beruf darin besteht, andere zum Lachen zu bringen, gibt es derzeit keine Arbeit. Ich kann Ihnen dazu ein konkretes Beispiel aus meinem privaten Umfeld nennen. Ich kenne einen Herrn, welcher als Alleinunterhalter und Clown sein Geld verdient, besser gesagt, verdient hat. Dieser Clown hat seit März leider nichts mehr zu lachen, denn er kann andere Menschen nicht mehr zum Lachen bringen. Durch die Corona-Schutzmaßnahmen entfallen all die Firmenfeiern, Jubiläen und Geburtstage, auf denen der Clown in normalen Zeiten den Gästen ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Mit dem fehlenden Lachen ist für ihn auch das Geld verschwunden. Als klassischer Soloselbstständiger gibt es für ihn kein Kurzarbeitergeld. Mit diesem Kurzarbeitergeld können Angestellte und Arbeiter immerhin die Miete und Lebensmittel zahlen. Mein Bekannter, der Soloselbstständige, Alleinunternehmer und Clown, ist darauf angewiesen, dass seine Rücklagen ausreichen und die Familie ihn noch so lange unterstützen kann, bis er den Bürgern in Nordrhein-Westfalen wieder ein Lachen schenken kann. Wann dieser Moment kommt, steht aber in den Sternen oder besser gesagt, hängt von der Entwicklung eines Impfstoffes ab. Von den Vorschlägen im vorliegenden Antrag der CDU und FDP würde er profitieren. Er würde dann mindestens 1.000 Euro unabhängig von Auflagen als Art Lohn ausgezahlt bekommen. Ohne Auflagen heißt, dieses Geld dürfte er dann auch dazu nutzen, seine Lebensmittel und Miete zu zahlen. Ein Fortschritt gegenüber anderen Corona-Hilfsprogrammen. Soloselbstständige galten schon früh in der Corona-Krise als Verlierer und die Vergessenen. Jeder vierte Soloselbstständige rechnete Ende Mai mit dem Aus innerhalb der nächsten zwölf Monate. Der Antrag packt also richtigerweise ein großes Problem an. An dieser Stelle könnte die Rede eigentlich zu Ende sein. Aber, jedoch kommt nun das Aber. Das Beispiel des Clowns, welches ich Ihnen eben gezeichnet habe, trifft genauso auf viele Soloselbstständige in Nordrhein-Westfalen. Es gibt nicht nur Alleinunterhalter, die keine Präsentationsmöglichkeiten haben. Denken Sie auch an Musiker, die ihre Lieder oder Stücke nicht mehr in Konzertsälen anbieten können. Ballettdänzerinnen, die nicht auftreten dürfen. Schauspieler, denen die Bretter, die die Welt bedeuten, verboten sind. Und viele mehr. Viele dieser Selbstständigen haben sich akute Probleme, ihre Miete zu zahlen und ihren Lebensunterhalt. Sie alle würden von der vorgeschlagenen, unbürokratischen, ausgezahlten Hilfe profitieren. Aber genauso gibt es Kunst- und Kulturschaffende, welche nicht besonders stark durch die Corona-Pandemie betroffen sind. Denken Sie an Maler, Bildhauer oder andere werkeschaffende Künstler. Oder ein Schriftsteller zum Beispiel. Er kann jeder derzeit genauso an seinem neuen Roman schreiben und ihn feilbieten wie vor Corona. Autoren profitieren sogar von der Corona-Einschränkung, da die Menschen derzeit wieder mehr lesen. Ein zugegebenermaßen positiver Nebeneffekt. Das Feld der Soloselbstständigen ist so groß, dass das Gießkannenprinzip der finanziellen Unterstützung hier meiner Meinung nach sehr genau durchdacht werden muss. Jeden Verdienstausfall abzufangen, wie der Antrag es vorsieht, führt dazu, dass auch Menschen Geld erhalten, die es nicht benötigen. Für die Bürger, die heute oder in sechs Monaten dringend darauf angewiesen sind, ist dann vielleicht möglicherweise weniger Geld vorhanden. Mitte September gab es in Nordrhein-Westfalen über 4.300 Verfahren wegen Betruges mit Corona-Hilfen. Hat keiner bislang von gesprochen. Allein die Kölner Staatsanwaltschaft bearbeitet rund 900 Verfahren wegen Betrugs. Dabei geht es in der Domstadt um ein Subventionsvolumen von über 9 Millionen Euro. Unbürokratische Auszahlung eines fiktiven Gehaltes hört sich in der Theorie gut an. In der Praxis führt aber offensichtlich gerade eine laxe Verteilpraxis dazu, dass eklatant gerade bei Corona-Hilfen betrogen wird. Dies ergibt zweifach unnötige Mehrausgaben. Einmal die Gelder, welche in Dunkelkanälen versickern und zum anderen die Aufklärungskosten. Die Rheinische Post hat sich in der letzten Wochenausgabe mit diesem Gesamtthema nochmals in einem Artikel und mit einem Kommentar auseinandergesetzt. Der Arbeitgeber zahlt den regulären Lohn auch nicht einfach so unbürokratisch an seine Mitarbeiter aus. Erst recht nicht an Mitarbeiter, von denen er gar nicht weiß, ob sie für ihn arbeiten. Was spricht dagegen, auch das fiktive Gehalt an Bedingungen zu knüpfen? Zumal im Antrag selbst davon die Rede ist, dass es passgenaue Hilfestellungen in der Krise geben soll. Gerne verweise ich noch einmal darauf, dass es Abgeordnete der AfD waren, welche bereits Ende Januar die Landesregierung in einer kleinen Anfrage nach konkreten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus fragten. Ich empfehle hier die Lektüre des Druckstücks 1788-83. Die Antwort der Landesregierung war damals kürzer als die Einleitung unserer kleinen Anfrage. Ähnlich hätte ich mir heute auch einen etwas detailreicheren Antrag gewünscht. Der jetzt vorliegende Antrag der Regierungskoalition geht dennoch in die richtige Richtung. Wir werden ihm folglich auch zustimmen. Bezüglich der beiden Entschließungsanträge ist schon einiges gesagt worden. Wir werden nicht dagegen stimmen, sondern wir werden uns hier enthalten, da wir selbstverständlich dafür sind, dass den Solo-Selbstständigen unbedingt geholfen werden muss. Wir werden uns hier enthalten, sondern wir werden uns hier enthalten, und wir werden uns hier enthalten, und wir werden uns hier enthalten, Vielen Dank.